Ich bin 13 Jahre alt, meine Position ist im Tor oder halt Torspieler. Meine bisherigen Vereine sind Neuenstadt oder Baren, Neuenstadt und Oetheim. Mein Vorbild ist Ter Stegen und Nadine Angerer. Mein Lieblingsverein ist Barcelona. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln und irgendwann in der Nationalmannschaft zu spielen. Und meine Ziele mit der Mannschaft sind, eine gute Rückrunde zu spielen.